warum hat er sich denn wirklich zurückgezogen was ist denn der wahre grund wenn du gerade das gefühl hast mein wunschpartner oder mein partner nicht verlassen hat sich zurückgezogen hatte vielleicht entweder gar nichts gesagt oder hat mir irgendwas aufs brot geschmiert wo ich irgendwie schon merkt das kann ja nicht der grund sein irgendwie merkwürdig komisch 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 dann bist du hier genau richtig und wenn du das video siehst soll es auch genau jetzt zu sein wo wir mal die energie reinschauen wollen was ist denn da so zu sehen in bezug auf seine trennung seinen rückzug warum ist er denn auf einmal weg was ist denn los mit dem vogel was soll das was soll das dann schauen wir jetzt mal auf jeden fall passiert ja leider viel zu oft dass der partner auf einmal sich zurückzieht erklärt nichts sagt nichts tut nichts oder kostet dich sogar oder blockiert dich oder was es da sonst noch alles irgendwie gibt ja und du sitzt darum denkst dir ich habe doch in dieser partnerschaft wirklich alles gemacht und alles getan ich habe wirklich alles reingegeben diese partnerschaft und das ende vom lied ist der packt seinen nicht vorhandenen koffer und ist irgendwie weg und ich habe irgendwie eine fadenscheinige erklärung bekommen oder auch gar keine erklärung und das wollen wir uns jetzt heute in der ja in der im liebes sarow in diesem liebes orakel mal gemeinsam anschauen herzlich willkommen auf dem schönen kanal angel readings ich habe irgendwie gestern in der kanal mitgliedschaft das große deck für die kommende woche hochgeladen da kam paar mal ich da ist nur anfang kein ton da dann habe ich aber reingeschaut dann war da ton da also gestern war es wieder irgendwie furchtbar komisch ich kann es aber auch nicht erklären was da manchmal mit youtube los ist also falls du die ersten ein zwei drei minuten keinen ton hast tut es mir leid aber da quassle ich ja sowieso nur von daher tut mir wirklich leid also ich habe ton ich weiß auch nicht was da passiert ist auf dem star child kanal verlose ich gerade wieder aktuell etwas richtig schönes und zwar einen wunderbar zusammengebastelten rahmen da drin ist ein stein den ich natürlich nicht in cairo von der pyramide genommen habe würde ich niemals tun weil man es ja nicht darf na aber ich verlose dass es gibt nicht so viele mehr von diesen steinchen da also wenn du das haben möchtest wenn du auch etwas ganz besonderes zu hause stehen haben möchtest rüber zum starzeit kanal kommentieren abonnieren glocke drücken video liken dann bist du schon im lostopf mehr musst du gar nicht tun also so einfach ist das na also wir wollen gucken loki 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 wir machen loki loki was gibt es denn da so schön ist also wir brauchen natürlich hier erst mal ein bild weil wir sind ja hier im internet so bitte ein bild oder bitte ein bit da ist das bild okay und wir wollen schauen der wundenspartner der wundenspartner der liegt schon da und wir wollen jetzt mal wissen konzentrieren uns wie immer auf unseren wunschpartner dass wir an die energie rankommen viele wissen schon wie es geht wir schließen einfach die augen gehen so ein bisschen in die atmung rein und versuchen mal alles aus unserem kopf heraus zu geben was da jetzt alles drin stört ich muss noch einkaufen ich muss noch auf die bank nachher muss ich noch dies und das erledigen was wollte denn der blöde kollege heute das darf jetzt alles mal raus es ist nachher immer noch da aber jetzt ist zeit für dich für deinen körper für deine seele für deinen geist für deinen wunschpartner den du dir vor deinen geschlossenen augen vorstellst wie er wieder in deinem raum ist nur du und er und du siehst ihn mit einem geistigen auge vor dir und er ist dir ganz ganz nah wenn er nach vor dir steht und du deine seine energie wahrnimmst dann spürst du dann meistens so ein kleines kribbeln in der brust gegend wenn er ganz nah vor dir steht stellst du ihm jetzt die frage warum hast du dich wirklich zurückgezogen okay orakel los geht's wir wollen schauen wie erzählen wir mal aus dem schönen human dreams lennomau karten weg eine themenkarte für die allgemeine energie schauen mal was wir da so zu sehen kriegen also ja das sind schon mal die mäuse gefallen mäuse mäuse worum geht es denn bei den mäusen ja da geht es um schwund verlust zerfall kummer sorge etwas nagt an ihm dass er es beschäftigt ihn gerade schon mal etwas sehr weil diese mäuse das ist einfach eine furchtbar nervige karte wo ich sage ohne muss das sein das sind einfach nagende gedanken das sind dinge die an dir nagen die sich beschäftigen die dir kummer und sorge machen diese karte steht für verlust für zerfall für schwund also da geht es ja schon mal richtig zur sache an der stelle da hat jemand auf jeden fall krasses kopfkino denn diese mäuse braucht im endeffekt kein menschen also wenn du jetzt vielleicht der meinung bist ja der hat mich verlassen oder der hat sich zurückgezogen dem geht es bestimmt mega gut also kann ich dir zumindest dann haben diese ersten karte da jetzt schon mal sagen nein eher nicht na das sind so bisschen kummer sorge und nagende gedanken zu sehen also es gibt durchaus schönere karten und zwar jede menge wir wollen wir schauen warum sind denn die mäuse gefallen okay ja in bezug auf den erfolg vielleicht seinen erfolg im leben in seinem sein wo er gedacht hat ja ich bin jetzt single ich ziehe mich zurück die welt liegt mir zu füßen ja mir liegt ja gar nichts zu füßen das ja vollkommen blöd das macht mich ziemlich fertig also der schlüssel eine erfolgskarte und warum sind die mäuse gefallen weil er eben irgendwie keine lösung für seine situation gerade eben findet na der schlüssel auch eine karte für eine lösung ja und die gibt es aktuell scheinbar nicht um das macht ihm hier auf jeden fall nagende gedanken warum hat er sich von dir zurückgezogen ist ja die frage des readings eigentlich ja ich kann dir jetzt vielleicht schon sagen dass er der meinung war okay ohne dich geht es ihnen besser ja vielleicht ist er da auch irgendwo ja in der partnerschaft dann einen punkt angekommen wo er sich denkt ja was hat denn das leben sonst noch so schön ist für mich na wo kann ich da noch mal in see stecken gehört er sonst wohin stechen na aber ich glaube auch er hat hier auch gewisse zweifel gehabt was eure partnerschaft angeht das ist so ein gewisser ja die routen das ist die karte für einen inneren konflikt wenn ich etwas tue was ich nicht möchte na und jetzt ist er ja im rückzug ich kann ihn der energie jetzt auch schon entnehmen dass es ihm da schon um den erfolg in dieser partnerschaft ging ja aber er hat auch da so ein bisschen einen inneren konflikt gehabt also ich sehe schon er hat sich sehr sehr viele gedanken um den erfolg in eurer partnerschaft gemacht na wie da wo was vorangehen kann heißt ja noch nicht dass er sich jetzt deswegen gleich ein bein ausgerissen hat viele männer ja die schauen sich halt eine partnerschaft an ja tun nichts dafür und beschweren sich dann warum es alles eingeschlafen ist gibt es also auch aber ich kann diese ersten energie hier schon nehmen irgendwas 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 in kummer irgendeine sorge hat er auf jeden fall schon mal gehabt in bezug auf die partnerschaft ging es am ende um eure kommunikation denn hier ist jetzt auch der brief gefallen beim brief ist kommunikation botschaft eine unterhaltung ein gespräch alles was somit kommunikation eben zu tun hat kann sein dass es hier vielleicht sind der knackpunkt ist wo man hier sehen kann dass er irgendwie nicht so wirklich ja da dass er sich vielleicht auch nicht wirklich öffnen konnte na männer kriegen ja auch ganz schwer das wort ich liebe dich oder die wörter ich liebe dich über die lippen weiß einfach nicht geht da kaufe ich dir lieber ein ring oder ein auto statt dass ich mal irgendwie sage ich liebe dich da geht es irgendwie um die kommunikation deswegen bin ich jetzt schon sehr gespannt was man dafür karten kriegen was ist mit der kommunikation was kriegen wir hier für eine klärungskarte klärungskarte eine karte bitte so da haben wir es ja auch schon er hat vielleicht eingesehen dass er jetzt wo er im rückzug ist auch so ein bisschen stur war vielleicht fühlst du dich jetzt angesprochen wenn ich dir sage dass dein wunschpartner irgendwie nicht unbedingt der typ war der mit seinen gefühlen hausieren gegen der sich die geöffnet hat und gesagt hat sich liebe dich über alles meine gefühls welt sieht so und so aus da war schon einer sehr 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 im kopf unterwegs vielleicht hat er das jetzt hier gemerkt jetzt wo er in den rückzug gegangen ist weil er gedacht hat ja ich habe hier irgendwie so ein zweifel an am erfolg der partnerschaft da ziehe ich mich jetzt auf jeden fall mal zurück könnte ja sein dass man da auch daran arbeiten kann aber auf die idee bin ich gar nicht gekommen dass hier dass er hier feststellt okay in bezug auf die kommunikation zwischen euch beiden war er sehr sehr stur sehr sehr im ego sehr sehr im kopf unterwegs was natürlich auch schlecht ist es ist immer besser zu fühlen zu spüren seine gefühle mal da sein zu lassen und sagen okay was geht eigentlich in mir drin vor was im kopf vorgeht das kannst du den ganzen tag auch kaum steuern egon denkt ununterbrochen irgendwelche sachen du kannst nicht den ganzen tag dieses kleine männchen in deinem kopf in zaum halten aber du kannst schon mal endlich hineingehen dich konzentrieren was geht eigentlich in mir vor und von daher ist das alles sehr sehr spannend wir wollen mal schauen was wir sonst noch sehen ja hier ist auch ja die unsicherheit da die würfel die unsicherheit oder ja eine entscheidung steht noch aus offensichtlich hat er sich in den rückzug begeben weil er nicht mehr so den erfolg in dieser partnerschaft gesehen hat was man aber jetzt schon wieder direkt gleich danach sehen ist vielleicht muss ich mir auch noch mal irgendwie anders entscheiden weil ich habe jetzt irgendwie festgestellt ich bin ja hier schon sehr in meinem kopf unterwegs gewesen was diese kommunikation mit dir angeht ich habe diese partnerschaft vielleicht nicht gefühlt ich habe sie nicht gespürt ich habe sie nicht gelebt irgendwie war da auf jeden fall der wurm drin bei uns ich habe jetzt nicht zwar zurückgezogen weil ich nicht dachte dass diese partnerschaft erfolg hat aber jetzt wo ich alleine bin fällt mir erst mal auf was ich für ein sturer esel bin ja man weiß eben immer erst was man hatte wenn es nicht mehr da ist also wir schauen mal weiter die nächste karte und da ist sie auch gefallen die liebe so es geht um die liebe und das ist schön wenn ich frage warum hat er sich wirklich zurückgezogen und da fällt die liebe da fällt der erfolg da fällt hier eine erkenntnis dann ist das schon mal etwas gutes das passt wunderbar denn die liebe ist offensichtlich trotzdem noch da oder bin ich schon wieder mal bei dem thema nicht jeder der einen verlässt dem geht es dann gleich gut nicht dann wenn der dich verlässt ist es sehr unwahrscheinlich dass er aus dem haus rennt und sagt hurra ich bin endlich frei ich fühle mich jetzt mit einem schlag so richtig toll nein er fühlt er sich eben nicht ja da kommt erkenntnisse hoch das kommt einsicht hoch da kommt sehnsucht hoch da kommt vielleicht ja so ein bisschen habe ich was falsch gemacht hoch und da kommt auch hoch okay da diese liebe zu dieser frau ist auf jeden fall stark ich habe da jetzt etwas erkannt und sehe okay ich bin da jetzt weg gelaufen weil ich dachte da gibt es keinen erfolg mehr weiter weil vielleicht auch ich habe die beziehung einfach irgendwie so schleifen lassen ja habe mich nicht groß darum gekümmert habe auch nicht groß kommuniziert bin jetzt weg und erkenne okay da ist wirklich noch gefühl da da ist liebe da da ist zugehörigkeit da also ja ich kann dir schon sagen da schaut es auf jeden fall schon mal so aus als wäre da ganz 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 viel erkenntnis da wir schauen wir was wir da sonst noch für eine karte kriegen na gut dann nehmen wir die die sense ein plötzliches ereignis ein einschnitt ja eine verletzung vielleicht wo ich dir auch sagen kann okay da hat er vielleicht auch jetzt irgendwie in der energie gemerkt ich habe nicht vielleicht oder wieso ist das eigentlich alles soweit links moment ich muss mal eben kurz was machen so ok kleiner monke spielt verrückt liegt alles gerade ja da zeigt jetzt gleich die sense auch was drauf und das wird spannend bin gespannt bin gespannt wir schauen gleich weiter wir wollen gar nicht so lange rum schnacken ok da zeigt die sense auf dich also die ja dass der rückzug der ist total wird total crazy total verrückt weil auf der einen seite hat er der partnerschaft nicht mehr so viel bedeutung zugewiesen ja der erfolg der narktik der selbstzweifel der innere konflikt ich habe verstanden okay ich war vielleicht sehr sehr im ego unterwegs ich muss mich vielleicht anders entscheiden die liebe ist auf jeden fall stark aber das habe ich jetzt getan da habe ich jetzt hier irgendwie schluss gemacht und das war nicht gut ja dieses schluss machen obwohl diese starke liebe da ist das war ein ganz 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 fatale und großer großer fehler den er gemacht hat deswegen kann es auch gut sein dass er die mäuse hier direkt in seinem kopf liegen hat ja also diese das ist der innere konflikt eine starke liebe und trotzdem schluss gemacht weil ich irgendwie ja vielleicht auch einen unausgegorenen plan hatte weil ich nicht so wirklich gewusst habe ja was ich tue was ich mache aber wir wollen jetzt hier unten noch mal kurz gucken tendenzen botschaften was klima da sonst noch rein einen anker ja es geht ihm natürlich auch hier um seine stabilität um seinen halt um seine festigkeit um seine sicherheit diese aktuell nicht da und wenn man sie nicht hat dann sucht man sie ja und wo suche ich sie natürlich da wo ich sie eigentlich hatte bei dir und deswegen ist das total verrückt wenn ich jetzt hier rein frage warum hat er sich wirklich zurückgezogen kann ich dir schon sagen er hat hier komplett schleifen lassen ja er hat wirklich nicht viel in diese partnerschaft reingegeben dann hat er sich zurückgezogen weil er gedacht hat mehr dass er die luft raus aber dann auch festgestellt okay ich habe hier einen riesen fehler gemacht ich bin gar nicht mehr in meinem halt und ich habe vielleicht auch erkannt dass ich die ganze zeit viel zu sehr in meinem kopf unterwegs war ja ja so schaut es doch mal aus wir wollen bitte nur eine karte so ja die schildkröte das ist natürlich auch eine karte für das innere zu hause da zieht man sich gerne mal zurück und da kann man auch mal nachdenken was man dazu getan hat also ich denke ich kann jetzt schon sagen er hat sich zurückgezogen weil er dachte da ist die luft raus ist er aber gar nicht jetzt ist bei ihm die luft raus und diese schildkröte da wo er sich jetzt hin zurückgezogen hat ist das innere zu hause in dem sie ja mal richtig furchtbar ausschaut hier ja also da ist ja sodom und gomorrah also verrückter geht es ja hier kaum in dem deck das hat er sich aber auch alles selber zuzuschreiben na wir schauen mal weiter wenn ich wenn du dir jetzt gleich die frage stellst ja was was passiert denn dann jetzt auch als nächstes kann ich dir schon sagen da jetzt hier auch die sonne gefallen ist und die welt als hauptenergie kann ich dir sagen es kann eigentlich in dieser legung gar nicht mehr so lange dauern bis er versteht okay alles klar ich muss ja dinge ändern ja ich muss dinge ändern ich habe ja einen riesen fehler gemacht ich habe schleifen lassen ich weiß auch dass ich da vielleicht schuld dran war und ich möchte mal wenig ich ziehe zu mir kommen meinem selbst inszenierten rückzug schauen dass ich wieder meine festigkeit kommen und ins große glück in die erfüllung denn es darf sich vielleicht ein kreis noch mal schließen die welt die da kommt das ist die vollendung das ist die harmonie das ist ankommen ein kreis schließt sich ein zyklus beginnt also es soll vielleicht hier tatsächlich noch mal wieder von vorne losgehen nachdem er erkannt hat wow bin ich ein depp na was habe ich hier eigentlich angestellt also was für eine schöne lego an der stelle würde ich mal sagen und ja ich verabschiede mich vergesse nicht das gewinnspiel auf auf dem start schild kanal wenn du magst geh rüber kommst du in die müßlich schüssel hab euch alle lieb wünsche dir ganz viel licht und liebe bleibt gesund seid lieb zueinander und wir sehen uns ja dann beim nächsten video ciao